Ja, so ist es, wenn man Brüder hat. Oh, oh, jetzt bist du dran, Lessi. Flo ist Lava, Max. Heute haben wir ein Experiment für euch mit dem Lissandro, der ist schon ganz gespannt. Ich habe diese Wasserbomben hier gekauft, schaut mal. Und da ist unser Wasserschlauchwagen und jetzt starten wir mal durch, oder Lessi? Ja. Okay, wir machen es auf den Trampolin. Also, jetzt holen wir mal hier unseren Wagen. So, da gehe ich jetzt nicht dran. Der Max hat da irgendwas, keine Ahnung, installiert, weil er hier was umgräbt. Keine Ahnung, wir gehen mal davor zu dem Wasserhahn. Hey, wir hätten gar keinen Wasserschlauch hier oben gebraucht. Sehr gut. Ich habe jetzt hier mal so einen Korb. Packst du das mal aus, Schatz? Ja. Die habe ich übrigens bei Lidl mitgenommen. Die waren im Angebot. Ja, was hat er an der Packung gekostet, weißt du das noch? Sieben oder acht Euro, glaube ich. Okay, sieben oder acht Euro. Also, hier waren jetzt auch so Adapter dabei und hier oben ist nochmal so eine Folie. Das ist nochmal so ein Schutz. Aber ich habe ja hier so ein Ding. Naja, wir probieren das jetzt mal. Ich hasse es, Gebrauchsanleitungen zu lesen. Hier steht übrigens auch, dass das Ganze in 60 Sekunden, ja, mit Wasser quasi voll ist. Max hat auch schon seine Uhr bereit für die 60 Sekunden. Wie viel Wasser braucht man, Max? Was steht da? Okay, 60 Sekunden laufen. Wie das aussieht. Cool. Also, die haben jetzt nicht ganz ihr Versprechen gehalten. Wir haben jetzt 30 Sekunden ungefähr gebraucht für 30 Ballons. Ist natürlich immer noch schneller als, ja, so am Wasserhahn, ne? Ist schon eine coole Sache. Welcher ist kaputt, Schatz? Ah ja, der. Ich sehe es gerade. Nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall ist jetzt eine coole Sache. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Boah, das wird echt ganz schön schwer, Lassi. Du hast recht gehabt. Ganz schön schwer. Grün sieht ja echt schön aus, ey. Ja, grün ist echt schön. Da habt ihr jetzt Spaß. Ich glaube, ein bisschen tiefer. Da ist es schwer. Noch tiefer. Das wird aber schwer. Hilfe. Oh, meine Arme. Ui. Soll ich dir helfen, Max? Floor ist Lava, Max. Ist kaputt gegangen, Max? Ne, ne, ist alles kaputt. Wie du aussiehst. Ja, vor allen Dingen, guck mal, wie unser Garten aussieht. Welchen Tier. Och, Bella. Bella hilft wenigstens. Bella, hilfst du ausgraben? Max will nämlich dieses Ding hier installieren. Da seht ihr. Also, hopp auf jetzt. Floor ist Lava. Ja, ich krieg das ja immer weg. Komm, ich helf dir. Oh, das ist kaputt. Ach, du hast es auch noch kaputt gemacht. Max hat es kaputt gemacht. Okay. Ja, Max ist halt ein intelligentes Kind, ne? Oh, Mann. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Wir haben halt gedacht, das macht irgendwie Sinn mit dem Wäschekorb, aber es ist natürlich so viel besser. Okay. Jetzt machen wir es direkt hier rein. Fallen gleich rein? Ja. Soll ich es dir halten, Schatz? Ja. So. Der Max steht nur da, ne? Anstatt mal zu helfen. Okay, jetzt lösen sie sich. Boah, ist das schwer. Ich habe gewusst, dass du das vorhast, Schatz. Komm, fang ihn. Das geschieht ja gar nicht. Nein! Alter. Oh, Lessi, komm, Revanche. Auf, komm. Nee. Gib Gas. Nee. Lessi, du wolltest schon, dass er ein bisschen stärker ist als du. Ich habe jetzt ein bisschen fein. Luki, schau mal, was wir da gemacht haben. Magst du auch mal reingehen ins Trampolin? Geh mal rein. Oh. Die platzen nicht mal. Oh, dann auf die Kamera. Nein, komm, wir springen. Er ist immer rein. Bravo. Max ist gemein. Der Lessi. Oh. Ah, das war's! Wooh! Ah, das war's! Das war's! Luki, gib mir mal eine. Gib mir mal schnell eine. Aber... Ich muss versuchen, den Max jetzt zu treffen. Ich mache mal im Ernst, oder? Ey, und ich gerade noch, ich muss den Max treffen, da hat er voll auf mich gezielt, die ganze Kamera ist noch. Aber warte mal, dritt! Oh Gott, ich gehe jetzt mal in Deckung, Leute. Ich gehe jetzt mal in Deckung hier. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Nee, das geht nicht, Schatz. Durch dich! Warte! Wer war mit Anlauf? Max, die nächste Wasserbombe hast du an deinem Kopf. Ich saß dir. Ich hatte schon eine an. Ich bin trop nass. Sehr mal gut. Guck mal, ich bin ganz nass. Sieht man das? Ja, ich hab schon geduscht heute, Max. Ja, ich hab schon geduscht heute, Max. Ja, ich hab schon geduscht. Ja, ich glaub auch. So haben wir nicht einfach da unten unser Pool abgedeckt. Im Pool mit Wasserbomben? Das ist auch lustig. Bitte? Bitte? Nee, ich möchte keine Wasserbombe. Danke. Spiel du mal. So ist es, wenn man Brüder hat. Oh oh, jetzt bist du dran, Lessi. Der Max kennt keine Gnade. Ich bin mal in Sicherheit gegangen. Da draußen sieht's aus. Naja, die haben Spaß. Und die Fenster sehen auch aus. Seht ihr das? Weckert. Okay, Leute. Ich muss jetzt gehen. Die haben Spaß, ne? Seht ihr das? Luki! Ja? Kurze Pause. Okay, ich glaub, die haben voll viel Spaß. Aber ich muss jetzt leider gehen. Meine Haare sind total nass. Ich bin da. Aber jetzt nicht mit. Kinder, ich muss gehen! Hoffentlich steht's Haus noch, wenn ich komm. Wäre gut, ne? Also, wir beenden dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr einfach mal ein bisschen dabei wart. Wenn meine Kinder Spaß haben. Bis dann. Ciao!